Heute werden wir die beste Lego-Figur erstellen. Und jetzt müssen wir nur das richtige Pack auswählen, Mirkan. Welches nehmen wir? Mitte, links oder rechts? Ich werfe das Grüne. Das Grüne, okay. Dann mal gucken, was wir bekommen. Ich mach mal hier das Ding auf. Und... Es sind Lego-Figuren drin, ja. Und wir können jetzt hier sogar anscheinend ein bisschen Stärke geben, ne. Okay, wollen wir das mal machen? So. Stärke oder Geschwindigkeit. Ich glaube, wir machen Stärke. So, und jetzt müssen wir das, glaube ich, genau einmal austauschen. Dann können wir hier eben auch noch Dings geben. Äh, also warte. So, auch dass er schnell ist. Und theoretisch auch noch, dass er... Ah, nee, das ist ja ein bisschen langsamer, ne. Okay, oder? Ja. Ja, ja, okay, wir machen Play. Okay, das ist unser Charakter jetzt gerade. Und wir können jetzt hier, oh Gott, wir sind anderen und so jetzt hier merchen. Das heißt, hier schnell alle möglichen Lego-Sachen einsammeln. So, und wir müssen jetzt am besten hinten einmal durchhauen jetzt hier. Jawohl. Sehr gut. Alle schön einsammeln. Gar kein Problem. Und jetzt können wir, glaube ich, gleich schön die Lego-Sachen alle... Oh mein Gott. Zusammen merchen. Guck mal, wie viel wir hier haben. Eigentlich Stadt bauen? Ja, ich sehe es gerade. Guck mal. Wir können jetzt hier erst mal ein bisschen Blumen legen. Und dann auch hier... Alter, da jetzt so eine Schurken-Basis oder sowas bauen. So Lego-Superhelden. Und hier... Oh, ein Portal. Du bist durchgefallen. Ich bin reingegangen. Jetzt haben wir neue Parts, ich gerade. Ah. Und mit diesen neuen Parts, guck mal, können wir jetzt, glaube ich, unseren Lego-Menschen wieder noch krasser machen. Guck dir das mal an. Was? Okay, pass auf. Okay, pass auf. Jetzt haben wir hier Epic-Sachen, ne? Alter, die sind noch nicht freischaltbar. Aber hier, guck mal. Schwimmen und so. Das heißt, der kriegt auf jeden Fall hier einen neuen Kopf. Und... Ach, und links sind die Aktivitäten, die wir machen. Guck mal. Oben links. Stimmt. Wir klettern, schwimmen und laufen. Okay, das heißt, wir müssen... Oh mein Gott, der... Nein. Oh nein, das Lucky Wheel. Aber wir haben leider noch nicht genug Diamanten, um das zu bekommen. Okay, das sieht doch eigentlich auch nicht schlecht aus. Hier sind wir noch mal ein bisschen schneller, was Stärke angeht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so optimal... Aber Climbing geht da auch hoch. Guck mal, was brauchen wir. Du hast recht, ja. Du hast recht. Okay. Ich guck mal, ob... Ja, das ist ja... Okay, ist hier noch irgendwas? Oh, das hier? Nee, macht Fliegen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay, komm. Der sollte eigentlich in Ordnung sein. Mal gucken, ob wir mit dem Ding jetzt hier gewinnen können. Und los, Lego-Mann. Lauf los. Ja. Aber wer sind die anderen Jungs? Ach, das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen? Ja, ja, das ist ein Rennen. Geh, klettern. Klettern so schnell, wie du kannst. Zack, zack, zack. Rechts lang, schwimm. Ja, denkst du, wir sind schneller mit Schwimmen? Viel schneller. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass das eine gute Entscheidung jetzt gerade war. So, jetzt haben wir wieder ganz viele... Wir müssen ganz viele Lego-Steine einsammeln. Je mehr, desto besser. Und wir gewinnen gerade sogar. He, 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 he. So, aus dem Weg jetzt hier. Und zack. Jawohl. Und wir können jetzt hier... Wir können sogar Haustiere gleich adoptieren. Hä? Oh mein Gott. Für zehn Dinger. Okay, das ist gut zu wissen. Und wir können sogar ein Auto kaufen für auch zehn Dinger. Okay, dann machen wir erstmal hier... Oh, warte mal. Wir können hier fünf geben. Ah, und jetzt macht er, glaube ich, hier irgendwas. Das fällt, glaube ich, in Ordnung. Und hier hat das Film ein bisschen weiter jetzt hier auf. So. Sehr gut. Und dann. Okay, das heißt... Aber wir haben jetzt leider noch keine neuen Sachen gerade bekommen. Hier brauchen wir aber zum Beispiel gar kein Schwimmen. Das heißt... Aber Stärke brauchen wir dafür. Bedeutet ein Kopf mit Stärke. Und ich glaube, Fliegen ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal das hier. So, weil Fliegen geht dadurch irgendwie hoch. Und vielleicht können wir ja auch fliegen. Der hat einen Luftballon links. Alter, warum hat der Luftballon? Okay, lauf, Jimmy. Lauf so schnell, wie du kannst. Okay, jetzt machen wir kurz die Wand kaputt. Auf ganz entspannt. Ganz easy. Zack, 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 zack. Links oder rechts? Lass links lang. Wir haben auch Klettern noch. Ja, ja, wir müssen links lang. Vor allem, ich habe auch Fliegen. Vielleicht können wir dann auch noch fliegen. Oh ja, guck mal. Wie schnell. Und jetzt... Ah, wir fliegen jetzt aber gerade nicht. Oh nein, jetzt haben wir auch noch eine Wand. Verdammt. Verdammt. Und? Ja. Wir werden aber Erster. Trotzdem Erster hier. Und Nummer 26 Bricks. Das heißt, jetzt haben wir hier fast die Dinger frei jetzt hier. Fast dieses Schurkengebäude oder Superheldengebäude. Guck mal, jetzt haben wir schon 60. 70. Oh mein Gott. Es fehlen nur noch irgendwie sieben Stück oder so. Das heißt, nächste Runde haben wir das Gebäude frei. Und wir haben neue Parts freigeschaltet. Und mit diesen neuen Parts haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, kommt schon bitte was Gutes. Spider-Man. All stop. Und Flash, warte auch. Aber Spider-Man ist aber... Höh, das hat gar nicht so krasse Sachen. Okay, warte mal. Aber hier war auch irgendwo... Irgendwann noch Flash oder nicht? Hier. Flash. Wir sind aber auf jeden Fall richtig schnell. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir. So, Flash auswählen. Dann... Oh mein Gott. Die A... Ne. Das war auch ganz gut, ne? Ja, das hatten wir eben. Hier ist klein. Aber wir müssen auf jeden Fall klettern. Aber hier ist der Rest eigentlich ganz gut, ne? Aber dann sind wir richtig schlecht im Klettern. Okay. Weißt du was? Wir spielen mit dem jetzt so los. Wir gehen rein jetzt, Möckern. Und loslaufen. Attacke. Okay, komm schon. Das ist noch hier... Oh nein, das links ist aber ein bisschen schneller. Jetzt hier schön einmal... Zack, 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 zack. Und... Äh, 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 äh. Gegenhauen. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Und jetzt hier kurz wieder hochklettern. Gut, dass ich ein bisschen Kletter noch geholt habe. Und das schaffen wir easy. Das schaffen wir ganz, ganz leicht. Guck mal, wie wir jetzt hier schön weiter gegenhauen. Bam, 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 bam. Und ich nehme jetzt mal den roten. Ah, da fliegen wir rüber. Wir können ja fliegen. Ha! Ganz vergessen. Und jetzt haben wir hier schön die... Oh? Jetzt kriegen wir hier 15 Stück? Warte mal. Äh. Ah. Und da muss man so eine Werbung gucken. Okay, und jetzt, pass auf, wir gehen rein jetzt hier. Oh, da wird jetzt das Gebäude frei. Und dann haben wir jetzt einen neuen Part. Upgrade City. Okay, jetzt können wir unsere ganze Stadt upgraden, Leute. Und, oh mein Gott. Wir haben jetzt hier so viele Möglichkeiten, was wir hinlegen. Können jetzt hier... Guck mal. Das hier können wir jetzt hinlegen schon mal. 11 Stück. Zack, das wurde jetzt gerade gebaut. Dann können wir denen jetzt 10 Stück geben. Anni, von dem kriegen wir 10 Stück. Ah. Okay, macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Und hier auch nochmal. Oh. Und der gibt uns einen Gem. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, äh, nochmal... Oh, warte. 11 auch nochmal hier hinzulegen. 11 Stück. So. Okay, es sind jetzt nur 6. Aber ist hier vorne noch irgendwo... Ich guck grad mal. Erst in einem Minute kriegen wir den. Okay, kein Problem, Leute. Kein Problem. Wir gehen weiter hier rein. Und wir haben auch gleich auf jeden Fall neue Parts wieder. Und wir haben jetzt hier einmal diesen krassen... Ja, diesen epischen. Aber der macht es irgendwie schlecht. Irgendwie macht er unseren Charakter ganz schön schlecht. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall... Wir schwimmen müssen wir noch ein bisschen besser machen. Ich glaub, dafür müssen wir... Oh. Ach nee. Ich dachte grad schon. Ich glaub, wir müssen das hier nehmen. Weil wir brauchen jetzt nicht fliegen. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Parts abgedeckt. Und können jetzt hier mit unserem Dude... Glaube ich... Mega, mega schnell schwimmen jetzt auch hier. Und auch klettern. So, Beeilung. Oh, der eine muss jetzt hier gleich die Wand kaputt machen. So, und wir können jetzt hier schön schwimmen, Freunde. Wir schwimmen jetzt hier, bis der Arzt kommt. So, und hier geht's auch nochmal schön hoch. Jawohl. Und hier geht's weiter. Und wir können jetzt auf jeden Fall vielleicht direkt nochmal schwimmen. So, kaputt gehauen. Und schwimmen jetzt hier wieder. Sehr gut. Komm schon, schwimm Jimmy. Und dann können wir auf jeden Fall gleich wieder mit unseren Blöcken... ...richtig coole neue Sachen holen. Oh, guck mal jetzt hier. Der eine... Wir kriegen in fünf Sekunden, wir kriegen jetzt weitere Blöcke. Ich glaube, wir kriegen... Wie viele Blöcke kriegen wir jetzt von dem? Fünf Stück oder so? Äh, ja. Fünf Stück auch nochmal jetzt hier. So, perfekt. Ich danke dir. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit... Äh... Warte, einmal nochmal diese Teile hier. Warte, wir gehen mal kurz hier hin. Und machen die Teile nochmal hier ran. So. Zack. Und... So, auch nochmal hier. Und... Zack. Also von den beiden kriegen wir jeweils Gems. Auch nochmal von denen kriegen wir sogar zwei Gems. Und ich kann jetzt die restlichen Blöcke auch nochmal hier vorne machen. Zu diesem Feld, wo wir auch nochmal, glaube ich, was bekommen. So. Jawohl. Und da gibt es nochmal drei Gems. Und die restlichen Dinger packe ich jetzt, glaube ich, hier einfach in die Mitte. Weil da können wir auf jeden Fall jetzt gleich in der nächsten Runde diesen Tower fertig machen. So. Und ins Portal rein. Ohne Probleme. Und nächstes Level, Leute. Jetzt können wir hier die Möglichkeit... Ah, wir müssen auf jeden Fall besser fliegen können jetzt hier. Äh, ich guck mal. Oh, da. Hier können wir auf jeden Fall besser fliegen. So. Nein. Jetzt kann ich gar nicht fliegen. Ich hab's nicht ausgewählt. Verdammt, Leute. Oh nein. Das kann jetzt echt böse enden gerade. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so schlau, Freunde. Das war jetzt gerade nicht so schlau. Weil wir müssen da rüber fliegen. Und ich kann nicht fliegen. Oh nein. Das heißt, das wird jetzt echt lange dauern. Äh. So, komm schon. Oh, bitte. Lass es jetzt nicht lange dauern. Oh nein. Wir sind richtig langsam, Leute. Oh Gott. Okay. Kein Problem. Alles gut. Komm, wir laufen weiter. Wir laufen weiter ohne Probleme. Hoffentlich jetzt hier ins Ziel. So, so, so. Zack, 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 zack. Und alle drei Blöcke nicht mitgenommen, leider. Okay. Aber kein Problem. Denn wir können jetzt hier die Blöcke zum Tower hingeben. So. Oh ja. Oh ja. Unter Tower, es gibt jetzt fünf Stück. Fünf Blöcke mehr. Oder kriegen wir jetzt fünf durch den? Äh. Nee, irgendwie nicht. Möckern, ich kriege durch den einfach nicht fünf Blöcke. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Vielleicht musst du den erst mal im Rennen besiegen? Ich glaube, wir müssen den echt im Rennen besiegen. Du hast recht. Okay, das heißt, hier geht es wieder weiter ins Portal jetzt hier rein. Aber wir kriegen jetzt im Vergleich. Oh, wir haben neue Parts. Wir haben neue. Let's go. Parts freigeschaltet jetzt. Und wir können jetzt. Oh, Iron Man. Iron Man. Super. Und Spider-Man. Oha. Okay, warte mal. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall. Was ist das hier? Guck mal, es ist oben rot, was wir brauchen. Wir brauchen Fliegen mehr. Wir brauchen Fliegen. Das heißt, das mache ich jetzt ran. Das ist grün. Und wir brauchen Science. Ja. Dass sie schlau sind. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwas rechnen oder so, glaube ich. Okay. Lauf, Lego Mensch. Lauf, bis du dich bekannst. Wir sind einfach Flash und Iron Man zusammen. Ein Laptop. Oh, jetzt müssen wir irgendwelche Sachen, irgendwelche Aufgaben machen. Oh. Gehackt. Wir haben uns den Weg gerade gehackt. Und jetzt hier nochmal fliegen. Warte. Wie schnell wir sollen drüber fliegen. Easy peasy jetzt hier gerade. Alles entspannt. Ich glaube, wir haben jetzt auch gerade genug, um ein Tier zu adoptieren, ne? Wir haben jetzt... Nein. Oh, von dem kriegen wir gleich wieder was. Okay, warte. Das ist kein Problem. Wir kriegen gleich von einem... Kann ich jetzt von dem Blöcke jetzt nehmen? Jetzt habe ich Blöcke von dem genommen. Okay. Und können wir hier ein Auto kaufen vielleicht? Geht das? Na ja, okay. Kostet auch wieder Geld. Okay, dann machen wir hier jetzt schön die Sachen rein ins Haus. Aber wir haben richtig viel, ne? Wir haben richtig viel, ja. Richtig gut drunter. Und dann ins Portal wieder rein. Jetzt hier so. Und wir kriegen auf jeden Fall wieder ein neues Pack. Mit neun Sachen. Okay, hier haben wir sogar alles perfekt. Das heißt, theoretisch können wir, glaube ich, alles so behalten. Ja. Alles können wir so behalten. Das heißt, das sollten wir jetzt eigentlich auch gewinnen. Und jetzt machen wir ganz easy. Wir gehen jetzt geradeaus einfach. Machen jetzt hier den absoluten schlauen rechten Weg. Der rechter hat das selbe Oberteil wie wir. Ich weiß, aber der hat nicht den... Oh Gott, der ist auch schnell. Was drüber fliegen? Gesehen. Okay, das war auf mich schlau. Ich hoffe, das war schlau. So, jetzt hier kurz wieder klettern. Auch richtig gut. Und jetzt hier kurz wieder hacken. Einen Weg hin hacken. Und ja. Guck mal. Alles richtig easy peasy, Leute. Die haben auch keine Chance. So gut sind wir, ne? Wir haben einfach gar keine Chance, Bro. So, einfach null. Und jetzt haben wir hier wieder... Oha. Ein Gem. Von dem kriegen wir jetzt ein Gem. Das heißt, wir haben noch zwei Gems. Und von dem kriegen wir die gleich. Von dem hier. Von dem 1.30 Uhr kriegen wir gleich diese Gems. Das heißt, dann können wir uns auch einfach ein Haustier kaufen. So, jetzt hier schön wieder voll machen. So, alles voll. Schon 56 Stück gesammelt. Sehr gut. Ist auch wieder sehr... Und jetzt haben wir schon 67% von dem nächsten Pack. Okay, jetzt sehen wir auch wieder alles. Das ist ja perfekt. Das müssen wir nichts ändern. Und dann... Ey! Der hat fast dasselbe Aufhör wie wir an links. Oh, ist ja doch knapp. Selbe Hose. Oh nein. Ich glaube, der hat jetzt so ein Taucherhut auf, ne? Ich laufe jetzt einfach. Ja, der hat jetzt ein Taucherhut auf. Alter, der ist vorne hinter mir. Komm schon, kletter. Kletter, bis der Arzt kommt. So, hier jetzt hier. Komm schon. Haut ab, ey. Die sind ganz schön nah neben mir. So, jetzt hier kurz weiter geht's. Und hier. Zack, zack, zack. Und... Zack knapp. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir hier einmal Dingsen. Wir müssen jetzt einmal fünf Blöcke nehmen. Sehr gut. Und ich glaube, ist hier noch irgendwo... Ne, da kriegen wir gleich erst. Da kriegen wir gleich erst. Okay. Alles gut, ich weiß Bescheid. Jetzt einmal jetzt hier schön zack die ganzen Blöcke ran machen. Oh ja. Oh ja. Und das Haus ist auch schon fast fertig sogar, ne? Einfach schon die Hälfte. Und 100 Parts. Optimal. Was kriegen wir? Den Luftballon. Lol. Wir haben jetzt hier... Harley Quinn. Harley Quinn einfach. Wo ist der Luftballon? Oh mein Gott, damit können wir richtig gut Dingsen. Richtig gut schwimmen. Aber wir brauchen Fliegen auch. Deswegen nehmen wir den Luftballon jetzt. Du hast recht. Aber wo ist der? Bei Episch? Hä? Nee, da. Ja. Jetzt müssen wir besser klettern können. Aber jetzt brauchen wir wieder klettern. Verdammt. Den Helm können wir austauschen. Tatsache. Aber wir haben keinen Fliegelm, oder? Harley Quinn. Ja. Sie kann klettern. Guck mal. Sie kann richtig gut klettern anscheinend. Alter, einfach so ein Ballon jetzt hier gerade, ne? Sie sehen auch schon so eine Harley Quinn-Ente. Ich weiß. Mit diesen Füßen einfach. Die sehen richtig komisch aus. Aber jetzt können wir, glaube ich, alles richtig gut machen. Wir können auch richtig schnell schwimmen jetzt hier, glaube ich. Guck mal hier. Brust schwimmen. Ganz schnell das Brust schwimmen. Und hier auch kurz hochklettern. Ja. Guck mal. Easy peasy. Okay, das ist crazy. Nix los. Guck mal, wie wir jetzt hier fliegen. Wie ein junger Gott. Jawohl. Und auch nochmal die einsammeln hier. Und jetzt können wir, glaube ich, hier schön einmal. Nein, nur ein Gem von dem. Oh nein. Aber unten ist gleich noch einer fertig. Ganz entspannt. Ganz entspannt. So, vorsichtig. Oh, 20 Sekunden. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt hier gleich in 20 Sekunden einfach noch einen weiteren Gem. Oh, hier kriegen wir einfach 10 solcher Dinger. Nochmal 10 solche Teile geschenkt von dem. Oh, richtig gut. Und komm schon, gib mir jetzt auch Gem, gib mir Gem, gib mir Gem, 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 Gem. Nein. Ey. Ey, gib mir einfach die Bricks. Aber kein Problem. Legen wir jetzt auch noch ins Haus rein. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt, wie wir hier das Haus komplett fertig machen und den Rest von der Stadt freischalten, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein und bis morgen. Ciao, ciao.